Die ersten Absolventinnen und Absolventen haben bereits im vergangenen Herbst ihre Diplome erhalten. Seit nunmehr dreieinhalb Jahren hat die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich im Areal des Landeskrankenhauses Steyr ihren fixen Standort. Die Studierenden der noch jungen Fachhochschule können sich an den drei Studiengängen für Physiotherapie, Biomedizinische Analytik und Radiologietechnologie zu Experten des Gesundheitswesens ausbilden lassen. Unser Standort in Steyr bietet den Studierenden der Region eine hervorragende Ausbildung vor Ort. Nach Ende der Ausbildung haben sie die Möglichkeit, landesweit, aber auch über die Landesgrenzen hinaus ihren Beruf auszuüben. Die Studierenden der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich schließen ihre Ausbildung mit einem Bachelor-Degree ab. Nach sechs Semestern erwerben die Absolventinnen und Absolventen eine Berufsberechtigung, der einen nahtlosen Übergang in den Arbeitsprozess möglich macht. Neben dem Campus Steyr hat die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich noch Standorte in Linz und am Klinikum Welschrischkirchen. Insgesamt werden sieben Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Hebamme, Logopädie, Physiotherapie und Radiologietechnologie sowie zwei weiterführende Masterstudiengänge angeboten. Die duale Ausbildung, also die Verknüpfung von Theorie und Praxis, garantiert, dass das erworbene Fachwissen optimal im Berufsalltag angewandt werden kann. Unsere Gesellschafter sind die oberösterreichischen Spitäler. Das heißt, wir sind auch direkt vor Ort bei den Spitälern angesiedelt. Wir haben dadurch genügend Praktikumsplätze, wir können eine praxisorientierte Ausbildung gewährleisten und wir können auf die vielen Expertinnen und Spezialistinnen der Spitäler auch bei unseren Lehraufträgen zurückgreifen. Die Jobchancen für die Absolventen der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich sind sehr gut. Der Blick über den Tellerrand hinaus gewährleistet eine akademische Ausbildung auch auf internationaler Augenhöhe. Durch den laufenden Auf- und Ausbau unserer internationalen Netzwerke haben wir sehr gute Kooperationen mit renommierten Kliniken und Hochschulen im europäischen Ausland, wie beispielsweise in Schweden, Finnland, Spanien, der Schweiz, Deutschland, Irland oder Polen aufgebaut. Die nächsten Studiengänge am Campus Gesundheit am LKH Steyr starten am 15. September. Die Online-Bewerbung ist noch bis zum 31. März unter der eingeblendeten Internetadresse möglich. Die Online-Bewerbung ist noch bis zum 31. März unter der eingeblendeten Internetadresse möglich. Die Online-Bewerbung ist noch bis zum 31. März unter der eingeblendeten Internetadresse möglich. Die Online-Bewerbung ist noch bis zum 31. März unter der eingeblendeten Internetadresse möglich. Die Online-Bewerbung ist noch bis zum 31. März unter der eingeblendeten Internetadresse möglich.